Hallo Leute, willkommen zurück! Ich meine, pst, pst, ganz ruhig. Hallo Leute, willkommen zurück zu Nicktoons United oder auf Deutsch SpongeBob schwank auf uns seine Freunde durch dick und dünn. Wir sind gerade in der Schule von Dimmesdale und verstecken uns ganz gut getarnt als Busch vor CIA-Agenten. Anscheinend wissen sie, dass Elfen hier sind oder haben die Vermutung, dass Elfen hier sein könnten? Apropos Elfen, da haben wir die Fotos. Wir müssen nämlich hier elf Fotos sammeln. Wo sind die restlichen? Sind die zwischen den Dingern da? Da muss einen drauf, okay. Buschfeld. Ganz normaler Busch, der von der Feld, das ist ganz normal. Okay. Da wurde ich gesehen, das ist umgünstig. Jetzt lassen wir mal kurz sie draufklittern. Ich hole vielleicht erstmal die hier, die am einfachsten zu rum sind. Danke. Ja, dahin zu kommen ist nicht so einfach, glaube ich. Ich bin in der Mitte, was mache ich jetzt? Ja, das ist jetzt umgünstig. Vielleicht hier lang und dann da lang. Und dann mich enttarnen und da hochlaufen. So, klettern. So, das ist der letzte Film für den Raum hier. Und Rainer. Wir haben auch letztes Mal Chester vor Dr. Crocker gelettet. Professor Crocker. Ach, guck mal wieder. Oh, nicht schon wieder. Oh nein. Oh, ich kann das nicht mehr so gut. Ich habe eine unruhige Hand bekommen. Sag ich doch. Ah. Ah, ich will jetzt Zeit dadurch. Sieg auch nicht. Vielleicht liegt es an den Buschen, ich trage. Die Äste kitzeln mich ein bisschen. Okay. Ja, okay. Das kann ich vergessen wieder. So. So. Vielleicht geht es besser. Ohne den Busch. Das muss es gewesen sein. Da hat es nicht ge... Ach, das trifft. Aber die Ecke gerade nicht. Oh boy. Das sind die... Spiel ich am wenigsten mag von allen. Muss ich sagen. Die könnte ich als Kind schon nicht. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Ich habe genug Zeit. Oh, geschafft. Wuh. Anstrengend. Gruselig. Was passiert jetzt? Was ist das? Ah. Wir sind zu spät. Kroger hat die Elfenwelt wieder verlassen. Heilung, Timmy. Du musst ihn aufhalten. Bevor er die Stadt erreicht. Okay. Hey, letzten Level. Die Stadt? Oh. Ne, warte. Hier. Die Elfenwelt. Ach, die Elfen. Er hat die verlassen? Hat er sich betreten? Los, Jungs. Wir müssen Kroger so schnell wie möglich finden. Schade, Timmy. Es sieht so aus, als hätte Kroger die Anti-Elfen bereits freigelassen. Sei vorsichtig. Sie werden versuchen, dich davon abzuhalten, in die Elfenstadt zu gelangen. Danke, Wanda. Wanda. Das sind die Anti-Elfen. Das... Oh, mein Gott. Das sieht doch richtig einfach aus. Sag mal, Timmy. Hast du Zeit für mich? Ich glaube, ich brauche die nämlich. Und wie? Kann ich die... Okay, ich kann sie besiegen, aber... Wenn ich rankommen würde. Oh, sie schießt auf mich. Kann ich die auch loswerden? Oh, okay. Nein, kann ich nicht. Ich muss dem wirklich ausweichen, während ich mich bewege. Das klingt schrecklich. Das klingt komplett schrecklich. Ah! Ich bin abgerutscht. Bin gefallen! Hilfe! Mayday! Hilfe! Okay. Aber durchlaufen. Aufwand. Okay. Da ist nächstes Anti-Elfe. Okay. Bis hierhin geht's. Hier ist kein Anti-Elfe, den ich besiegen kann. Von daher... Oh, viele Plattformen aktuell. Das ist nicht einfach, muss ich sagen. Hopp! Und nochmal. Hopp! Okay. Jetzt kommt von einem Platz zum nächsten... Nein! Okay, okay. Ich fange hier wieder an. Huh! Gut. Dankeschön. Das wäre sehr frustrierend, wenn ich dann von Anfang an anfangen müsste wieder. Das wäre sehr frustrierend. Gut, dass ich das Spiel daran gedacht habe, das nicht zu tun. Danke, Spiel. Hoppala! Okay, mal gucken. Mal kurz gucken. Ist hier eine Elfe? Hier ist keine Elfe. Okay, jetzt kommen wir erstmal das Springen gleich. Das Fliegen. Ich wollte mich am wenigsten freuen, muss ich sagen. Bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, ich wollte mich ja hier am wenigsten. Weil ich das nicht kann. Oh, ich gehe das nochmal. Okay. Sag mal, ich will da voll landen. Snell, hoch da. Ich muss aufpassen, dass ich nicht stecken bleibe. Huch! Zauberei! Fauler Zauber! Fauler Zauber! Elfenwelt? Elfen... Nee, nämlich ganz. Oh! Ich weiß nicht, man kann hier mal durchlaufen. Emma! Hallo! Na, wie geht's dir? Bist du kalt? Was ist mit dir? Warum bist du so kalt? Hm? Dann kannst du schnuppern, aber in die Schublade. Fände alle drei Elfen Verarbeitungsmaschinen. Du musst die Elfen vor Kroker schützen. Okay. Können wir alle drei Elfen verarbeitungsmaschinen. Okay. Diese brutal Verarbeitungsmaschine. Ist das da vorne eine? Ich glaube, das ist eine. Gehe ich gerade von Haus? Ja. Was mache ich damit? Oh. Ach, die sind das. Schützt die Tauch... Was? Ach. Benutze den Touch-Band. Um Kreise mit den Elfen zu malen. Oh, nicht schon wieder. Das kann ich vorher schon nicht. Das kann ich mir schon nicht so gut. Komm mit dir. Geh weg. Können wir wieder wegfliegen vielleicht? Können wir aktiv versuchen, nicht reinzufliegen? Ah! Auch Anti-Elfen. Oh, dich zu früh. Nein! Ich habe dich zu früh erwischt. Du bist weg. Äh, oder auch nicht. Du sitzt da doof und guckst nicht doof jetzt. Äh, hallo? Dieses Kreis-Team ist doch nicht so einfach, ey. Weil die Kreise sind nicht genau definiert. Was ist ein Kreis? Oh Gott, da kommen jetzt alle auf einmal. Ah! Geht weg von der Maschine! Ihr Elfen! Stimmt euch nicht! Ah! Damit euch. Oh gut, geschafft. Ein Iskapudel! Auf zum nächsten Zwein. Das muss man doch zweimal machen? Oh nein! Wahrscheinlich wird es auch schwieriger mit der Zeit. Das heißt wahrscheinlich... Okay, muss ich jetzt was neu machen? Oh nein! Okay, vielleicht soll ich die Einfachen zuerst machen dann? Ne, 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 das ist ja doof. Das ist ja dumm, das ist ja dumm. Nicht schon wieder, oder? Muss ich nicht? Oh, dankeschön. Okay, dann ist es nicht so schlimm, dann ist es nicht so schlimm. Dann kann ich damit leben. Dann kann ich damit leben. Ich wollte nicht mal diesen Zauber machen. Dieses Spiel machen. Ne, danke. Da kann ich drauf verzichten, ne. Ist ja nicht das Spiel, aber nicht für mich. Können wir da hin? Oh, dann ist was. Okay. Warte kurz. Spannend. Da ist was für Spongebob auch. Und für mich. Okay. Warum soll ich Spongebob brauchen hier? Ganz einfach. Tatsächlich. Warum soll ich hier Spongebob brauchen? Da war für mich kein Sinn. Ich kann wiederum fliegen. Oh. Okay, warte. Nein, ich bin... Oh, nein. Ich hasse es. Oh, mein Gott. Oh, und die sind auch weg. Klemme ist schwer. Ich finde, die ist noch da. Das muss ich auch kriegen jetzt. Das ist halt ein Problem. Das muss ich auch bekommen. So, mein Cutter ist hier hingelegt. Ich bin müde. Da hat er ganz viel gespielt. Ganz, ganz viel. Okay. Tatsächlich ist es wirklich auch schwieriger. Ja, okay. Jetzt geht er aber aktiv stärker rein. Kann sein. Der, der ist nicht. Jetzt geht er nicht. Ich kann das machen. Es gibt ja kein Kreis. Dieses Kreis-Konzept ist ja dumm. Weil... Was ist ein Kreis? Dieses Spiel. Wenn das wenigstens eine Linie geben würde, irgendwann, aber es gibt keine Linie. Ja, ich verliere das Spiel gerade. Okay, das wird ein Problem für mich später. Das ist das Spiel. Das wäre jetzt ein Problem für mich. Ja, das sage ich doch. Okay, das ist das Problem. Das Spiel mache ich gar nicht. Hier, warte. Lass mich kosten mal richtig. Mich hinsetzen. So. Ja, das... Das mache ich nämlich. Seht ihr das? Sind das keine Kreise, die ich mache, oder was? Okay. Das... Ja, gut. Dann geht rein. Kann ich hier schon aufgeben. Geht rein. Was ist das denn? Kreise ich ziehen muss. Okay, jetzt komme ich voran. Na gut. Oh boy. Okay. 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 Das Hauptproblem ist, dass ich... Ich kann keinen Kreis ziehen, wenn ich die Elfer anklicken muss. Ich kann ja keinen Kreis ziehen. Ja, wie soll ich um fünf verschiedene Elfen gleichzeitig einen Kreis ziehen? Was ist das? Ey, das Spiel ist so bescheuert. Das ist doch nicht normal. Das geht doch. Das geht doch nicht. Hä? Wie soll ich das machen? Ich meine, jetzt klappt es teilweise. Auch nicht wirklich. Sozusagen. Oh. Ich hatte einen noch übrig. Aber das wird richtig schwierig an langer Zeit. Ich muss ja zu der zu sind. Okay, ich muss da lang. Der letzte wird richtig schwierig dann. Weil ich da ja dann wahrscheinlich sechs reinmachen muss. Und auch nur 30 Fehler machen darf. Also das wird echt schwer. Könnte sein, dass ich dafür ein bisschen brauche. Das will ich jetzt nicht verneinen. Mal gucken. Mal gucken. Und da sind sie weg. Und da sind sie weg. Und da sind sie weg. Okay. Ja, wie soll ich denn bitte fünfter fünft gleichzeitig da reinzugehen? Ich kann nur einen Blaser beim Malen. Und da sind sie weggekaufen. Sag mal, das ist wirklich gut. Das wollen wir denn seitwärts rein. seit wir es noch eine öffnung für die wüsste oben reingehen darf noch ein verlieren ich habe es geschafft sechs stück das waren sechs stück wirklich okay das war doch nicht so schön wie ich dachte und das tor ihr seid zu spät ich habe bereits alle beweise die ich benötige um zu beweisen dass es Hilfe gibt wir müssen ihn aufhalten los okay was macht er für Sachen er hat eine Wolke gemacht eine böse Wolke ach er macht mehrere böse Wolken Kroker okay und aber nicht jagt er mich jetzt? er jagt mich ich glaube ich weiß was er machen muss ich muss ihn anhalten und dann hoffen dass da gerade eine Donnerwacke ist oder sowas aber ich habe die richtigen anhalten ich habe es für anhalten und dann ist das doof jetzt reicht es sehr gut das ist die geilste schwer aus in dem Punkt der Krampf das auch er sagt reicht es ja gut ich will das jetzt hier warten dann habe ich ihn durch oh er wird schneller oh 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 okay ich kann ja nicht ich kann mich angreifen wo das doof ich muss ein bisschen äh abstellen bevor ich das mal bevor ich weitermache ah was oh danke Timmy du hast die Elfen weggerettet los Jungs nächste halb Retroville wir müssen Calamitys aufhalten bevor es zu spät ist sei vorsichtig Timmy wir müssen bald mal über diese erstaun... äh Timmy wir müssen bald mal über diese erstaunlichen Hologrammelfen reden äh klar meine Hologrammelfen sicher ach ja das war ja von der Power Hour okay dann kommen im nächsten Part die Level von Retroville vielleicht das letzte Level weiß ich nicht wir werden sehen ich hoffe es macht Spaß mir macht Spaß weiter machen wir Spaß und haben Spaß dabei sehr gut komm ich da rauf ja sehr schön so ich bin jetzt im Busch bis nächstes Mal bye bispo 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 Bis zum nächsten Mal.